Moment, ich muss was einstellen. Ich muss den Chat leider links oder rechts oben ran machen, damit ich sehen kann, was da unten in dem Chat geschrieben wird. Was ich als Arbeit haben muss. Also. Okay. Ist das ein Spielhalle? Ja. 1 2 1 5 1 8 Ich hoffe in die Fichtelpitz Funtime Arcade war ein. Jetzt kommt die Frage, wie machen wir das schnelle Geld? Komm, wir gehen zum Casino. Dann bekommen wir Geld. Ja, er muss ja abbiegen. Ja. 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 jetzt erst mal das rad drehen und versuchen schnell zu machen schnelles schnelles geld zu kriegen subcoins genug also daran wird es nicht nicht Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ach, leck mich am Arsch Wie viel Geld kann man denn gewinnen? LP brauche ich nicht 40.000, 50.000 könnten wir auch gewinnen Habe ich das Leidungsstück jetzt? Josef Vielen Dank. Nein, dann gehe ich halt immer in Penthouse und kaufe, ähm, weil, und, äh, und schaue, ob ich da noch ein bisschen machen kann. Weiß jetzt nicht, dass das heiße, aber ich gehe da rein. Ich habe mal ein Schmuck-Ding-Gepau gefunden. Das ist nicht ganz so schwer, dass ich jetzt hier ihre Autos liegen habe, oder was? Das ist komisch. Das ist nicht so schwer, dass ich jetzt hier ein Schmuck-Ding-Gepauke habe. Das ist nicht so schwer, dass ich hier ein Schmuck-Ding-Gepauke habe. Ja, dann schauen wir jetzt, wo die Mission, äh, äh, ob ich da eine Mission machen kann. Ich bin so schwer, dass ich hier ein Schmuck-Ding-Gepauke habe. Du verstehst nicht Warum schießt man einfach Und Die Seht ihr wie er auf euch geiert hat? Schlechter Spieler Den hab ich da schon gekauft? Nee Den nicht 63.000 63.000 Da ist es Wenn ich jetzt tot los die die Das ist so ein Huchen, Sohn. Ich muss schauen, ob ich das kaufen kann, weil wenn ich das kaufen kann, kann ich mir ein anderes verkaufen, dann bekomme ich wieder Geld. Ja, Moment. Ich bin wieder da. Let's hold up Let's hold up Das war's für heute. Ja, ich kann ihn aber nicht kaufen Das kostet Geld Da, hier oben, oder? Nee, das ist mein Bunker Das ist mein Bunker bekomme ich ja auch schon ein bisschen Geld hier drauf ein Buff oder Profiler? den verkaufen wir jetzt? ja komm 35.000 ja komm ja komm ja komm ja komm 35.000 ja komm ja komm wenn ich einen Wagen verkaufe wenn ich getunt habe bekomme ich doch auch Kohle oder? bei dem Wagen habe ich ja kostenlos bekommen also ich muss kriegen ja kostenlos verkauft also ich kann es ich krieg ja nichts jetzt versuchen wir jetzt mal Mechaniker die Person ist hier jetzt nur nachher gehen wir mich erstmal hier hin und schauen, dass ich eine schnellere Mission machen kann geht mich ich habe die ich kann das emp wird ihr Wollen wir mal schnell anschauen Wenn du tot bist Verreck Nur wegen so einer scheiß Frau 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. I don't think I can arrange that right now. How do you choose between your children? When you finish what you've got, I'll give you some more. There's been a mix-up, and they can't get access to your personal vehicle right now. Bye. No! I ain't seen none yet. I love you guys, but everybody's so damn ready out here. Hey! Don't get me wrong. I'm wrong with you. Hey, I know we've got that other thing. You're still working on that, right? Right, great. Okay, well, I've got something else. Something so big and so secret. We've got to hide it under a thousand tons of reinforced concrete. Buy an ex-government facility on May's Bank, and I'll meet you over there. This will make any bank job we could pull look like small fry. All right, let's go. Untertitelung des ZDF, 2020 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 für Blowing Away Protesters, Alarming Requirements für Private Security Guards, aber hey, useful für unsere purposes. Oh, come on. What? You don't like my dorm room politics? Ja, ja, was hat denn da für ein Problem? Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on. Ich will fahren. Oh, come on. 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 Oh ja. Das war's. 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 the war's. Das war's. Das war's. Was ist das? 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 Das hat eine sehr gute Veranstaltung, Bin zu lassen. Nur damit du es weißt, ich bin gerade auch ein wenig fest, jetzt weißt du was ich meine Okay, my drives are in the burning van Juice of water cannon to put it out, please Salvage team, wait until they've been extinguished then go for the files What the heck Goddamn Okay, the fire's out. Go in and save the files. There you go. Now wait for the team to collect. You got it all? Okay. Now I need you in town. There's another burn site. We got one here again. Get out of here. Okay. Yeah, I don't know if we could do that. But as I said, I'm here in the moment. I'm not busy here. Looks like they really want these files erased. This code name Bogdan is sending agents to try and stop you. You've got to stop them stopping you, all right? Some of those files have Clifford on them. Take a look at that riot van. Private security vans like that will be everywhere in a couple of years. What are you talking about? Would you send your kids to a public school? What about public transport? I have no intention of procreating. When things get bad, and the way college jobs try out them, you won't want them to play in public parks or shop in public malls either. Okay, we'll do trick 13. I've been sent back in this quest for living forever and being much better. Okay, that's some of these work. I know. I admit it. Move, move, move. Woah, 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 woah. Was ist da? Das war's. Was ist das? Was ist das jetzt so? Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 eben zehn minuten glaubt ist er piste ich doch im ersten minuten gab das sagt das sind so wenig eng werden ja mein team leben heißt die man kann verrecken einer kann wenigstens verrecken und also die letzte mission jetzt wieder abbiegen müssen was ist epic games also fort erst mal alle sparen lassen Was ist die Burel? Hey, Health So Lachen das jetzt so. Ey, das rass... Hurensohn, ich schwöre. Ich geh auch aus der Mission raus, sie ist scheiße. Macht einfach keinen Sinn. Stellt die weiter, ich geh raus. Halt's auf. Hallo, ich will die nicht mehr machen. Ich hab mal mit dem Spiel angefangen, ich hab 80 Millionen, was ratest du mir? Mit dem Spiel angefangen, mit GTA 5 hast du jetzt angefangen und du hast 80 Millionen. So. Jetzt zeig ich dir gleich, was ich dir alles raten würde. Ich muss jetzt zwar noch erspielen und weghaufen und so, aber ja. 80 Millionen. Digga, gib mir mal 40 Millionen. Ja. Ja. Das Spiel hat vor sechs Tagen gedownautet. Aber wieso hast du 80 Millionen? Wenn ich das Spiel sechs Tage lang gespielt hab, hab ich schon 80 Millionen von mir verspielt. Also ich kann dir gleich jetzt mal sagen, was du brauchst. Nein. humanos jetzt, blöd. Du kommst schon dann! Upする with me. Bl ok was dir empfehlen kann ist erstens mal die kommandozentrale die kann kann man brauchen für missionen als da waren menschen und wenn man die kritisiert gaben die zehn tors tut es so ja dann ist es irgendwas anderes da kannst du es wirklich zwischen befehlszentrum oder wohnbereich ich würde befehlszentrum nehmen ich darf es dann doch jetzt was geht also okay ja würde ich hier wohl bereich nehmen das sind drei wie dann oder mann herrte mal wohnbereich da würde ich waffenwerkzeug nehmen und das verabschiede da kannst du dir eigentlich aussuchen weiß kostet halt nichts aber es kann auch langweilig werden deswegen kannst du auch eine andere farbe machen ja wenn das zweist nimmst kostet das kann aber zwei millionen wenn du eins von den nehmen sind kostet 250.000 auf was spielst du ich kann dir geld schenken wenn es geht ich will auf playstation 4 pro ja ich würde die das empfehlen also mobile kommandozentrale aufgerüstet bis zwei millionen also merkte schon zwei millionen plus terabyte allen kannst du rein theoretisch auch gebrauchen ich würde einfach so lassen weil das sieht einfach scheiße aus kannst du bist ja bei dir lassen ich sag jetzt einfach mal das was es so kostet das ist das darunter entscheidung waffenstation muss dran sein weil das ist wichtig wenn das warst du auch und die waffenwerkzeug brauchst du auch die anzüglich sind auf dem netten die folglichen bedenkt genug ist und das kannst du auch gebrauchen weil da kannst du deine autos mit waffen umrüsten also zumindest ein paar autos so das sind zwei millionen zwei hunderttausend sagen wir was so also ich schon was was du brauchen kannst fünf jungen 200.000 das ist schon die mission fertig da kannst du die missionen machen okay dann brauchst du hangar brauchst du eigentlich jetzt nicht so richtig ich habe mich habe ich einen nein selbst ich habe kein langer als kranger brauchst du nicht du brauchst ein bunker ich habe mir dieses eine paket geholt wo man das umsonst bekommt also brusten punkte du brauchst ein clubhaus hier weil da kannst du mir kleine missionen machen wo du auch ein bisschen geld kriegst eine basis brauchst du kostet unterschiedlich zwei millionen kann es kosten oder halt ja hier eine million 400.000 also clubhaus bunker oder basis clubhaus bunker man zu gebrauchen kannst nacht auch noch holen musst du aber nicht ich habe den sonst gekriegt ich habe gekauft genau genau sechs millionen musst du insgesamt bezahlen es war alles einzahlen ja genau also sechs sieben millionen kannst du aus verbrauchen für sonne und alles kommt viel mehr geld aus dann bekommst du das geld auch wieder rein und kommt so viel mehr das würde ich dir raten genau und dann kannst du dir halt immer noch eine scheiße kaufen zum beispiel was könntest du zum beispiel brauchen um ein bisschen zu flexen natürlich brauchst du noch ein paar fahrzeuge die damit du das zum beispiel dass du den kaufst kannst du wie eben schon gesehen vorne zwei pistolen dran zwei waffen dran machen kannst du aber auch wirklich nur machen wenn du der robot hast oder dieses andere halt so genau kannst halt auch zum beispiel den nachholen den da hier da ist nicht ein bombenschach drin mit 100 bomben drin wie kannst du dann aufs los santos machen damit du alle anderen spieler umbringst würde ich lieber nicht machen mal ein bisschen schliefer der wo du bist aus der anderen der wege gekickt was dabei kannst du machen ja viele leute nehmen eigentlich auch so eine hydra die hier auf die stelle fliegen kann und hoch fliegen kann und so und kannst du auch machen kannst du auch andere spieler packen ist dann auch erlaubt aber ich würde als erstes die waffen mission machen also herarbeit kommande zentrale würde ich kaufen und hat auch die drei drei sachen da hier clubhaus nach clubhaus basisbunker aber dann würde ich auch die raten das kannst du auch sehen das ist jetzt ein bunker ja suchte die billigsten raus 7000 700.000 oder zum beispiel wenn du die teuersten nimmst dann verließ viel mehr geld und so weißt du nimmst die billigsten oder die nimmst halt so ein paket zeigen und okay kann ich nicht zeigen kann ich zeigen okay dann kannst du noch das laut kauf hier die billigsten sachen dann hast du viel mehr von als wenn du jetzt die teuersten nimmst ja ja ich werde auch so wird erstmal irgendwie das versuchen geld zu machen ich glaube ich verkaufe es mein turismo eher negative weil wenn ich den habe ich schon und da ist auch schon viel eingesteckt worden und so wenn ich den verkaufen komme ich wieder geld und ja schon wie mein baby muss ich verkaufen ich mache es gerne mache ich es gerne mache ich es gerne ich bin der flughafen ist gelandt hier hin es tut mir jetzt weh wunderschöner wagen finde ich mal schauen wieviel ich bekomme für diesen wagen ich habe jetzt nicht auf mein konto ne ja ich kann es nicht auf mein konto ne Aber Moment, ich schau mal kurz was im Internet. Also Playstation Storm. Aber Moment. Aber Moment. Okay, ich bin wieder da. Muss ich grad schauen, wie viel Geld ich noch habe, weil sonst hätte ich mir noch schnell eine Cash-Card eben gekauft. Aber nee. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. lol selbst der wagen ist schnell so Wenn ich schon hier bin, dann geh ich mal kurz anschauen. Was, fuck me? Fuck, das noch einmal, digga. War hier noch nie drin, glaub ich. Schilder war hier noch nie drin. Ich war hier noch nie drin. Wunderschön. Aha, das sind 22.000, habe ich schon verkauft. Oh, das ist für 10.000, muss ich jetzt irgendwo anders hinbringen. Hey, verstehe ich nicht. Okay, es ist sale day. We've got it all in the back of the truck. Get the truck to the drop off and we get paid. Rival-Outfits might come after us, so be careful out there. Der lässt sich hier komisch fahren. Und der ist schnell. Was ist denn das für ein Lieferwagen, ey? Was ist denn das für ein Wagen? Was ist denn das für ein Wagen? Was ist denn das für ein Wagen? Oh. 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 Das ist toll. Untertitelung des ZDF, 2020 Die warme schon kellen Untertitelung des ZDF, 2020 Wofür muss ich denn noch? Mein Gott Ja Lol Hi 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 We made a sale boss That means we're in business Remember, if we wanna make some serious trades for serious money, we need a lot of stock The more stock we have, the better prices we can get out there Here's to us, this is how America got built Hey, motherfucker! Hey, douchebag! Ayuda, got a man down! No way! Shit! Ugh! Das muss ich jetzt nachholen, nicht dahin gehen. Seh ich wieder so ne scheiß Mission, wo man fast nichts bekommt. Man bekommt Arbeit. Ja. Okay. Ich hab noch mal zu bei mir und zum einen Kopf. Juck, Juck. den Wagen hatte ich auch immer gehabt soll ich mich so leicht ich habe mich so leicht Die Zeit, wenn ich mich kaufen wollte. Wollte ich in Rosa. Aber jeder nimmt die blau-schwarze Farbe, ne? Ich hab die nämlich auch damit genau so genommen, alles genau so! Ach, Rettmann, alles gleich! Der Fenster weiß ich, ja, der Fenster auch. Oh mein Gott! Jetzt drübe ich in der Auto! Oh mein Gott! Schüttel die Cops ab, oh mein Gott! Mit nem Auto, das schlechter fährt als alles andere auf der Welt! Oh mein Gott, jetzt will die Rambox mich auch noch killen! Ich krieg kurz noch der Corolla! Dann mach ich halt den da! Okay! Oh mein Gott! 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 Io! Oh mein Gott! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das war's für heute. Oh ja, das wird es für dich. Du hast einen Anbieter. Du hast einen Anbieter. Ah! 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 Was ist dein Problem? Ich werde dir eine verdammte Lehre. Oh ha! Oh ha! Ich schmeiß ihn nur einmal mit nem Schneeball ab. Komm du mit Pan-Bahn, Digger. Digger, 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 Digger. Digger, 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 Digger. Digger, 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 Digger. Digger, Digger, Digger. Digger, 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 D Ich bin müde, äh, müde, eh, müde, 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 nicht da hinfahren, nicht da hinfahren, müde, müde, ich bin dumm. Oh, die, digga. 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 Da packt dich die anderen Bäume durch. Und du befährst Frauen. Oh, die, digga. Oh, die, digga. Oh, wie, die, digga. Ich weiß das aber auch so. Aber weiess, ähm, weiessen Dings da hinten. Nur mal ein Schild. Na, Namesschild. Vielen Dank. Huch! Ich bin einfach schon fast 70 gleich. Nein, 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 59. Gefällt gut. Ich sprite sofort. Wenn ich das alleine machen muss, dann ist das Kacke. Weil ich nicht keinen Bock hab, das alleine zu machen. Wenn ich jetzt den ganzen Tag 20k mache, immer weiter habe ich irgendwann 700.000. Für eine Basis. Hey! Hey! Das nächste Mal werde ich mein eigenes Auto nehmen. Wie ich gedacht... Moin! Nicht viel bei dir! Jetzt liegen wir erstmal für ein paar Minuten. Wie nice ich schon sterben habe, obwohl ich gar nichts mache. Wir suchen uns nach der Mission übrigens dem Girl. Ihr wisst bestimmt warum. Oder wir gehen gleich zum Club. Aber jetzt ist es gleich durch. Bei mir geht auch nicht viel, außer dass ich vier Tage nicht geschlafen kann. Keine Ahnung. Hast du vielleicht eine Idee? Ähm... Du kannst Halluzinationen bekommen dadurch. Einmal mit. Wie sie ungefähr wenn ich lebt. Ach ich bin zum Club. Ich bin weg, vielen Dank. Oh shit! Ich bin weg, vielen Dank. Ich bin weg, vielen Dank. Ich bin weg, vielen Dank. Keine Ahnung. Sag ich bin weg, vielen Dank. Ich bin weg. Ich bin weg. oh mein gott hätten wir wieder wagenpump geben können ich fragte gleich was ja sagt gleich was dazu oh mein gott polizist war selber martin wollte martin nur dass ich abgehe ab nach oben gut gelandet auch nicht viel ausserseitig dass ich vier tage nicht schlafen kann keine ahnung was das ist ok muss ich aus oh shit schraube könnte mir jetzt schaden ok doch nicht ok ich könnte dir raten mach das mache ich zumindest du dich schlafen kann du legst dich einfach hin ins bed logisch guckst du fernseher irgendwas was dich entspannen kann jetzt keine pornos oder kein horrorfilm oder so ich hatte du magst du was gucken du kannst dann du musst du mir nicht leiser und wenn das dann für dich ordnung ist und es dann so ist und du es so willst dann schläfst du einfach irgendwann automatisch ein das aber nicht aufgeben du schließt deine augen auch legst dich hin hörst einfach nur zu dann schließt irgendwann ein wenn das nicht klappt dann solltest du eventuell mal zum arzt gehen oder zur apotheke und bei der apotheke gibt es geben die dann irgendwas das wäre jetzt mein rad scheiße ich würde doch noch mal mache ich gleich aber gerade schwierig Was ist die Wahrscheinlichkeit schwer. Ohne was dich auch entspannen könnte, weil du ne Freundin hast. Telefoniere mit ihr. Schlaf mich bei ihr an. Ich schaue mir so ein Ding jetzt auch dann. Ich schaue gleich, wie das kostet und dann kaufe ich mir sowas. Dann kriegt man die Mission auch schneller fertig. Ich schaue mich zum Schluss. Schlaf mich mit ihr. Wenn du dann? Ich schlaue mich mit ihr. Ich schaube mich mit ihr. Ich schaube mich mit ihr. Ich schlaue mich mit ihr. Das ist so BULLSHIT! Okay, mal schauen wie viel das kostet. Okay, kann ich mir nicht kaufen, werde ich mir niemals kaufen können. 4 Millionen, Digga. Bin ich alleine in der Mission? Ich gehe hier oben hin. Ey, habe ich hier verkehren. 4 Millionen. Ich kann es nicht überkehren. 5 Millionen. Leute, wisst ihr denn, wie man so einen richtigen guten Raubüberfall machen kann? Und wo man das machen kann? Das würde mir helfen. Äh, kleine Mission machen für TK. Äh, das ist das, das kann. Das dauert Jahre. Ah, dann ist er auch noch tot. Das wird jetzt interessant, ich musste mich da einbrechen. Was? Basisüberfall, wobei allerdings die Basis 800.000 kostet. Ja. Mhm. Ja. 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 Ok, wo habe ich den Schalldämpfer drauf? Ja. 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 Okay. Man bekommt da einfach eine Million, was? Das war glaube ich nicht so abgesehen Was? 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 Hey! Ok Vielleicht kann man ja einfach bei Missionen da äh Das machen Ich will nicht nur eine Scheiß-Mission machen Störungsmeldung Störungsmeldung Eine alte Sprichwort besagt Das ist nicht wirklich pereneuer Danke, vielen Dank Geht ja fünfte bis das beste Spiel der Welt Ok Online Ich will, wenn schon Ich fühl dich zu was Die Höfe-Raube gefallen sich heute Da verdient man auch wenig Äh, relativ was Hallo Kein Deutscher Ich bin sogar aufsch... Ja, das ist gut Leute Weißt du was? Ich hab Rückführung sehr oft gemacht Hat nicht lange gedauert Ok 300 Tage Durchspiel Stöße Mission Oh Ich konnte mir so hin zu Tor holen Der kostet 900.000 Warte, ich brauch ja nur 700.000 Kann ich den einfach fahren? Ich hab kein Auto Ich hab kein Auto Oh, ich darf sogar mitfahren Ehrenmann Ist das nicht zu allen Leih? Ne, doch nicht Oh Loll... Das ist in turno Setonu! Oh, okay. hihihi je mehr Katze viel machen desto schlechter wird das dann weh ich mich einfach alle ran ihr wollt ich verarschen schlechter fahrer das ist aber ich will die kaufsappen ist aber dann fahr ich halt in den Tunnel rein als diese runterkommen als 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 so als ab man Woher sind wir? Das war's für heute. 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 Karma hat dich geholt, Spacko. Das war's für heute. Ich hab das coolste Auto bekommen. Das war's für heute. Ey, das ist so ein cooles Auto. Dann gehen wir gleich rein. Ey, das ist so ein cooles Auto. Lass du da jetzt ranfahren. Falsche Farbe, aber ansonsten ist das Auto echt cool. Das war's für heute. So, das war's für heute. So, wir schauen, was das für ein Auto ist. Der ist... Der ist auf jeden Fall... Der ist auf jeden Fall... Motorsport. Das war's für heute. 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 Oh, das war's für heute. 2. Runde? Was meinst du? 2. Runde? 3. Runde? Exaktiert! Schade, okay, 18.000. Ok, ok, ok. Deutlich das, was ich wollte. Egal, egal. Gefällt gut. Fortfahren. Freier Modus. Beenden. So. Leute. Such uns jetzt erstmal. Wir warten jetzt einfach auf eine Mission, wenn irgendjemand einen Raumüberfall machen will. Darauf warten wir jetzt. Vielleicht gehen wir noch mal in ein Clubhaus, vielleicht mal da das machen mit dem Raumüberfall. Ich weiß es nicht. Oder doch in meinem Penthouse. Ich... 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 Ich kenn mich nicht mehr aus, man. Ich hab so viel Scheiße. Ich hab ja schon fast eine Uhr. Ich bin... 2,5 Stunden Job streamed, Digga. Ich hab ja schon mal mit dem Clubhaus. Ich hab ja schon mal mit dem Clubhaus. König am Schluss. So.. Lol. Ok, das meinst du. Muss man da hingehen um den Robbenverfall zu machen? Ich glaub schon. Danke du scheiß LPC. Der Robbenverfall gibt mir jetzt erstmal den Robbenverfall. Wie kann ich helfen? Ich werde einen unserer Piloten an deinen aktuellen Ort bringen. 124.000 Barg- fast! Ich habe Bargeld fast 100.000. Das muss erst mal auf die Bank. Warum habe ich 100.000 auf der Hand? Ich glaube 300.000. Das ist ein bisschen Toast. 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 Ich gehe. Clear the landing zone. 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 Und wie mache ich das jetzt? Wie komme ich da raus? Ich setze mich kurz hier hin, will ich schauen, was da passiert. Okay, wir machen das so, wir gehen jetzt in eine neue Lobby suchen. Okay. Ich will wieder da nacken Dinge spawnen, oder? Bei mir. Ja, ich bin wieder... Ich spanne bei dem Flughafen. Gut, dann klar, das ist ein schlechtes Flugzeug. Dann fliegt er wieder da hin. Kein Problem. Ja, danke. Ja, danke. Moment. ich hatte eine idee ich habe das gefühl wir müssen das ist eine bunker gehen das machen es 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 Oh, wait. I got more of that. Ah, nuts. Das war's. So, weg mit dir. So, weg mit dir. So, weg mit dir. So, weg mit dir. Hallo in der neuen Zuschauer, der gerade reingekommen ist, wir gehen jetzt erst ein Flugzeug klauen und dann weiß ich nicht warum da jetzt bei mir einer im Bunker ist, aber egal. Wisst ihr was, was ich machen würde? Ich werde schon schnell den Chat ausstellen. Meine Playstation hängt gerade, ich werde gleich sterben. Das ist hier schon gekommen. Okay, warte, sterben noch nicht. Und... Ist das das Richtige? Ne, das ist das Falsche. Okay, hier erweiterte Anschlungen. Er kommt weg, gut. Eromonas. Es geht egal. Wie geht es? Es geht egal. Vielen Dank. Die Internetverbindung kackt mich am Arsch. Uh, das hätte jetzt so kalt aussehen können. Bin ich hier schon mal gewesen? Sieht nicht so aus. Ich wollte rausschrecken. Ich bin einfach dämlich hängen geblieben. Aber im Bunker ist da vorne. Ich bin einfach dämlich. Ich bin einfach dämlich. Ich bin einfach dämlich. Das muss ich aber in meinem Bunker. Ich bin einfach dämlich. 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 dämlich. Ich bin einfach 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 dämlich. Moment Wollen willst du deine Waffe verbessern? Ne, ich versuche momentan gerade nur, wenn ich Geld herzukriegen Jetzt muss ich doch Mary Webber auch anrufen Hey, die anfordern Ey, das kostet alles Geld und Zeit Okay, 1000 ist zu viel Ich brauche Geld, weißt du? X-Hype Ja, Hype H-X-P Ich sag einfach halb, okay, ist das für dich in Ordnung? Okay, brauche auch Geld, lol Spielst du gerade GTA 5? Ach nein, bot Ja, wieso? Ja, lass uns zusammenzocken Fliegt der mich denn dahin, wo ich markiere? Oh, Moment Oh, Moment Oh, Moment Wow Wow Ey, was zum Geier Und schreib dann plötzlich den Zwecknamen rein, weil, ähm, kann man keine FA her schicken Um, Moment Oh, Moment Dasี้ fahr 2023 Auch die 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 D Loi? Ok, Moment, ich lande kurz einmal irgendwo Moment, lass mich kurz da landen, wo ich hin muss Ok, Moment Ich schicke ihnen kurz eine Anfrage Ob sie nicht mitteilung Ich schicke ihnen nur eine schöne Anfrage Dann seht ihr wieder was ich mache Oh, das gibt's nicht voll Oh 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 Ja ne, den finde ich nicht Es gibt kein Spiel auf Playstation Ja ne, den finde ich nicht Es gibt kein Spiel auf Playstation VL- I I T Z Machen wir das mal so T T T Z Ach 1 VL- V1 Minus I T Z Minus LV V1 Gibt's auch nicht Dann mache ich ein Gro- Kein Mache I Aber groß Gibt auch nicht Nein, 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 ich schau nochmal nach I Z LV Ne, geht nicht Achso, auch beim LV Das ist halt komplizierter und dummer Name Tut mir leid Aber ich hab dich gefunden jetzt Du hast nur ein Spiel Und das ist GTA 5 Okay Ich schick dir eine FA Ich schick dir gleich eine Einladung Warte, ich muss jetzt erstellen Es wird wieder solitär sein, deswegen lande ich jetzt kurz hier So bin ich unkonventionell So bin ich unkonventionell Karte Ne, weiter, Freunde Okay Du bist Playstation Spieler, ich lade dich auch in meine Party ein Playstation Spieler, ich lade dich auch in meine Party ein Okay Okay, ich hab eine Party, ich hab dich reingeladen Mal schauen, wie das jetzt wird Okay Kommst du in meine Party rein? Warte, stell dich nochmal ein Okay Wie geht's auch Du brauchst auch Geld Wie viel hast du Ach das sind wir sogar gleich Als relativ gleich ja Hast du schon Fahrzeuge gekauft Achso okay Du bist jetzt auch immer eine Lobby drin Ja ne Okay Das ist eigentlich ganz leicht zu erspielen Dann habe ich dreimal erspielen können Ich möchte eigentlich im Moment nur Geld holen Deswegen Ja Stell dir vor Was ich warum ich Geld brauche Weil ich die holen will Äh das äh zu verbessern meinst du Hast du eine Immobilie Kommandenzentrale Hey das ist ja voll cool Wie lange hast du gebraucht um die zu kriegen Achso Und du bist nicht gewandt worden Ich will auch ich will auch ich will auch ich will auch glitschen Ich glaub nicht nein Nein ich hab nur im Bunker Sieben tausend Siebenhunderttausend Eine Ja eine kostet siebenhunderttausend Geil Okay Warum brauche ich eine Basis Okay Wie viel Geld bekommt man dazu Äh dafür Okay Lass es jetzt mal zusammen machen so Ich hab nur geraten Ich hab nur der die wo mein zu so ja so als wir schauen was ich das alles im bunker überhaupt gemacht also ein wert ist bisher von mir bei 45.000 glaube ich ich kann mich nicht aus ich bin einfach zu tun muss ich dann eigentlich auch so verbesserungen kaufen also für personal zum beispiel oder so jetzt ist das richtig oder also ich brauch so eine verbesserung mit dem personal das kostet 600.000 geht es auch schneller zum beispiel ich habe keine jobs bekommen keine einladung zum beispiel jetzt warte 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 genommen Achso, ok. Bin ich jetzt reingekommen? Ja. Ok, dann haben wir das auch schon mal. Das ist auch schon mal gut. Was soll ich mir als erstes holen? Eine Basis oder eine Kommandozentrale? Basis, oder? Oh, ich will aber nicht kämpfen. Nein, Spaß. Kriegen wir schon hin. Scharfschütze? Oh, das kann ich gut. Ok, das passt doch. Moment, ich brauche erstmal mal ein getumtes Fahrzeug. Ich habe aber gar kein Carbone RS. Ok. Ich weiß nicht, was das für ein Auto ist. Ich kann alles ziemlich gut. Also, zumindest sagt das jetzt mein Skin. Schießen, Austausch ist ganz oben. Schleichen ist wenig. Fliegen ist auch wenig. Fahren ist ganz oben. Aber ich kann fliegen ziemlich, ich kann fliege, äh, ziemlich gut fliegen. Ach, ich habe mein Motorrad. Ich habe ein Motorrad. Hat jemand gesehen? Kannst du Englisch? Ok, sonst hätte ich gefragt, was er gesagt hat. Ihr seht es nämlich nicht auf dem Bildschirm. Also, französisch oder amerikanisch, äh, französisch magst du, zum Beispiel. Warum? Also, Englisch hast du genauso wie ich. Das ist schon mal gut. Ja, ne? Was kannst du so für Sprachen? Was kannst du so für Sprachen? Was kannst du so für Sprachen? Ja, ja. Oh. 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 Das ist doch voll cool. Kann nicht jeder. Magst du lieber schnellere Autos oder Fahrzeuge halt oder langsamer? Ja, aber der Krankenwagen ist ja auch relativ schnell. Wenn man ihn richtig fährt. Oh mein Gott, ich bin so scheiße. Wie lange spielst du schon, ähm, GTA 5? Ein Monat und du hast schon, äh, äh, Basis und alles. Lol. Ja, gut. Äh, hast du schon mal, ähm, Cashcards gekauft? Mit echt Geld? Und wie viel war das? Äh, 500.000 waren das dann, ne? Glaube ich. Ja, okay. Warum? Stimmt, ja. Ist aber fast genauso wie Fortnite, ne? Muss ich jemanden aus dem Helikopter schießen? Okay, wo sind Flaggen? Oh, du vertraust mir solche, solche Scheiß-Missionen an. Aber wie fliegt denn der? Habe ich ne Zeit, wo ich das machen muss, oder? Okay, ich kann mich meine Waffen nicht besitzen. Okay, ich kann sie wieder besitzen. Mein Kontroll-Auskopf hat, weißt du. Okay, ich bin Spezialkarabiner. Drei, vier, das sind vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Elf Gegner. Dann schalte ich die vorne als erstes aus. Okay, Munition kaufen. Okay. Hm. Dammit. Utap! Hit the floor! Hit the floor! Get the door! Let's get it! What ain't gonna happen today! Whoa! We got a... Go! Check the wound! Come on! ich bin ein short wie viel leben haben wir ok dann darf ich nicht noch mal sterben muss ich den hubschrauber dann klauen oder was ist die mission ich muss den hubschrauber klauen oder ok da muss ich jetzt aufpassen oh gott die gäbe ist so viele hits mann okay ich bin zum zweiten mal verreckt die haben verkackt oder okay ich habe eine alle ausgeschaltet aber der zweite der vorletzte das hat mich gekillt ja habe ich ja aber ich kann meine waffen nicht mehr so schützen das wünschen wie es ja eigentlich normal geht eben konnte ich das jetzt nicht mehr das scheiße ich bin ja nur deswegen verreckt ja aber ich muss von neu anfang das ist schon mal gut ich kann dich gar nicht mehr sitz Moment. Nein. Habe ich noch mal ne Munition? Nein, ich habe nur nicht meine Munition, ja. Oh, das ist super getroffen. Ah, das ist super getroffen. Ja, also ein, das ist super getroffen. Machen Sie das? Ok, effektiv spielen Ist doch nicht wahr Wie kann der mich durch... Alter, leg mich doch an den Arsch Ok Ich habe schon die meisten ausgeschaltet Ey, ne, das versuche ich jetzt alleine Ich habe alle ausgeschaltet Bis auf die da hinten Ah, es sind nur noch ein, es sind nur noch zwei Hier ist noch einer Ne, lass mich fliegen, lass mich fliegen Ne, ja, flieg du Oder warte mal Wir müssen einen Helikopter fliegen Heißt, da kommen dann Gegner Ok, dann lasse ich fliegen Ey, was sagst Ach, der Ehe War im Dreieck War im Dreieck Ich lande hier auf dem Dach Ok, es war ein Versuch Ich habe sogar landen können Ja, da Ich bin da Ich bin da Ich bin da Ich bin da der arme helikopter alter ich kann raketenwerfer benutzen ok er geht nicht ran ja seit der drück dreieck und dann fliege spring ich raus hier müssen wir baut hin woher musst du denn eigentlich hin was ist unsere mission ey du fliegst einfach in die verkehrte richtung hä 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 lol schaust du Okay, now bring the gunship to the rendezvous and blast anything in your way out of the sky. Amazing how quick you went from bossing engineering teams to bordering around death squads, Avon. Hey, I've always been a killer. Metaphorically, at least. Ends over memes. The product is king. Yeah, yeah, look, um, the rendezvous point is some distance away. Expect them to chase, but, uh, not forever. The end, just go. That's the division. So, lol. Yeah, I can't see it. It's a fucking movie. I have to wait for the next month until I have money. Untertitelung des ZDF, 2020 None Geh einfach mal landen, mal schauen was dann passiert Wenn das dann nicht geht, dann Ja, land einfach mal da Wenn es dann nicht geht, flieger wieder weg Dann ist rein, mal schauen was dann Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja kannst du den helikopter schon wegbringen oder ja dann macht das schon mal dann warte ich oben ich klippe ich bin platin hast du geld bekommen ja ich weiß nicht ich schaue gleich ich habe nein ich habe 200.000 oder so ich muss einfach schauen 26 schau jetzt einfach mal nach moment ich habe 276.000 kann ich hier anschießen ja da vorne ist mein motorrad dann habe ich ja irgendwie komisch stehen stehen haben hey lol warum steht er hier jetzt bin ich auch ich ich habe ein das bo comptstor ja 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 Null Achtung Boah, was das Ding gepanzert Ja, genau Und fahren wir jetzt eigentlich hin Achso Kann man da auch auswählen Was du für Missionen machen willst Und Robbybefälle und so No No warte lasst uns zusammen mit deinem fahrzeug ran fahren ich schaue gleich mal im internet wie viel eine basis kostet wenn eine 600.000 kostet dann ist es geil wenn wir nur noch 300.000 ich glaube ich kaufe mir dann auch als erstes die basis und dann so ein eine mobile kommando zentrale ist es schlauer das spiel ist ein wenig verbuggt aber wenn es das spiel hat dann wenig verbagt ich bin gerade im im kontroler alter kann doch nicht mit dem internet schau wie viel leck mich doch am arsch was ist das für ein scheiß jetzt weil er wirklich ich möchte sehen wo genau das ist weil ich kann es ja nicht sehen das muss ich auch sagen wo meinst du eine part meinst jetzt playstation monstrum so diesen kann ich sagen kann ich auch kein screenshot haben weil das playstation einstellung ich habe gesehen 625 tausend verkehrte basis in paletto bay wenn sie diese art und forminellen genie sind das ok 625 tausend wie lange geht dieses angebot mit einer million 250 tausend weniger ja gut dann das jetzt noch 300.000 holen können wir dann tellen nein äh nachher was wir hin ich weiß nicht wo du bist also darfst du tür ah ich sehe deinen scan ich sehe deinen scan leu ich sehe der pass ist zu groß habe ich aber auch schon als freu aber moment ich schau grad was ich mache eigentlich wie orbitalkanone braucht man sowas das kam mal eine zeit da reicht es völlig an exemplar jeder waffe auf dem planeten zu besitzen die zeit ist längst vorbei wer heute keine satelliten oder rückträger hat kann ebenso gut mit spitzen steckchen spielen heute auf system kann er sich an festen preis zu kosten macht das sinn moment ein moment ein moment ich bin grad ein moment ich bin grad zu schauen ich schau grad wie das ist so wird und sie haben denn auch aber müssten ja auch irgendwie zum flugzeug kommen oder nicht dann wenn ich die basis habt dann machen wir bei mir noch mal alle akte und dann haben wir alles brauchen wir alle vier oder was meinst du nochmal ja 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 ok lol was nutze ich ja weil immer wieder gleiche mission machen ist irgendwie schon ein wenig langweilig weißt du das nachher oder kennst du warum geht immer mal eine markierung weg das nervt mich ich 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 Das ist das, dass man sowas machen kann Jaja, das ist ja voll cool Was müssen wir da machen? Loll Okay Aber warum die Anwendung schließen? Ach so Ach so Ach so Ach so Geht das mit jeder Mission oder Auch nur mit der Okay Okay Also bei Scherrkonsignal Wollte ich nur besorgen Haben nur ich das oder auch du? Oh Security serve Heck Oh 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 Und wie fliegt man? Oh 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 Ich geh zu weh Wie viel kostest du ein DeLorean? Weißt du das? Weißt du das? Lebst du noch? Ne DeLorean Demo wir fliegen Oh 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 Das war noch nicht mal mit Absicht ja dann bin ich tot oder der wagen kann kaputt gehen kann ich kaputt gehen ok ich würde es ja schon mal anhaben muss man alle nehmen oder ok ich gehe schon mal zur a aber warum haben sie sofort auf mich geschossen also ich muss warten bis es auf 100 prozent ist wenn er 100 prozent ist einfach schraub schießen oder ist doch nicht wahr ich hab den zu hart gehackt und schießt er mich um ich kann auch nicht hacken und gleichzeitig snacks essen ich kann auch nicht mehr hacken ich konnte noch nicht mehr hacken das geht einfach aus dem scheiß programm raus und leck mich da rommarsch ich schieße jetzt einfach auf den ich schieße jetzt auf den bis er verreckt naja ich will den als erstes umbringen ich habe keinen bock daran zu verrecken ich bringe das nicht ohne scheiß ja ich wollte neben den können wir gehen dran neben den fahren und signal abgebrochen und war ich hinter ihm und einfach ein bisschen salon gefahren und er hat ein bisschen vorher tailshot gegeben ok we got him sending locations now you need to get close to these targets to exploit the weakness and their connections and stay close until you've grabbed all that juicy data out of the sky be careful don't take your targets before all the data on board okay them all Das ist alles gut für uns. Äh, können wir auch gleich machen, eventuell nicht. Jetzt werde ich aber nicht dort mal lesen, wenn du schreibst, weil ich möchte erst mal die Scheiß mitzuhören. Jede Scheiß NPC fährt mich rein, das hat mich so. Haben wir Zeit oder wie lange dauert das? GTA Minuten oder richtige Minuten? Mist. Der trifft einfach alles. Ey, so ein Scheiß Hohen Level ey. Ich will den umbringen. Und was macht der? Er schießt einfach auf mich. Alter, der leckerste Arsch. Ich bin einfach zu schlecht für das Scheiß Spiel. Ey. 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 Ich hab den gehackt und ich konnte ihn killen. Ach, Mann. Wieso ist das so eine Scheiß Mission ey? Habe ich den aber gerade gemacht. Mann. Ey, ich schramm den einfach. Hat gerade auch geklappt. Der nächste, der immer in den Chat schreibt, der wird gebannt. Mann. Naja. Die Linie schreibt einfach mal was Privates. Äh. Pass auf, ich würde dich gerne nachher anrufen. Bauer interessiert mich doch gerade im Moment nicht. Ich kann mich anrufen und sie will. Aber ob ich ran gehe, das ist die Frage. So, ich geh nochmal auf A. Sei vor, dass du tot bist, schei- scheiß Arschgesicht. So, ich werde die Daten, die schneller wir unsere Geldverdämpchen. come on come on this is drive-thru Mann! Ist doch nicht wahr, ist doch nicht wahr, ist doch nicht wahr Habt uns schon auf 64% Bist du auch schon bei C? Ich komme dazu Okay, weiter kurz, ich bin gerade unterwegs Hey, wenn wir beide auf ihn hacken, ne? Geht jetzt ein schneller Warte, ich hecke, ich hecke, ich hecke, ich hecke Der ist bei 92% Kann sogar schon drauf schießen Okay, wollte gerade schon sagen Ne, ich habe gar keinen Schaden bekommen Aber es kommen noch welche, Mann Halt dich fresse Halt dich fresse Naja, ich mache jetzt, äh, jetzt ist nur A und B sind da Jetzt mache ich erstmal weh Halt dich noch weh Warte, was mach weh Bistel Mafia Moin, was gelappt Was ist? ihr fliegt er nicht er kann doch schön oder was wenn er sich fliegen kann ich hasse ich den scheiß endlich den gta geil her finde ich ja auch besser als sonst irgendwie so etwas wie ein knapp vorsichtig drücken um irgendwas zu machen ach schweben und nur über wasser schweben hoch fliegen kann er nicht das ist ja voll dämlich über wasser ist es leichter komm mal wo ist der kram ich bin gleich bei ich bin kapitel b ich habe das gleich recht fertig jetzt auch noch am start alter delorean ist aber schon ziemlich schnell der delorean ist aber schon ziemlich schnell ja der fliegt ne der delorean ist der der schweben kann ja dann halt die lösung aber der schutz ziemlich schnell wenn man da keine unfälle beordnet ich hänge gerade fest ich spiele gerade ping pong ja ich bin auch unterwegs was soll ich drücken damit er wieder rede hat wie geht das bei x verrückend passiert nichts dann schwebe ich halt über die ganze straße noch recht passiert nichts sie auch nichts ja egal dann schwebe ich halt über die straße neues auto das auto der zukunft das schwebt über die straße die straße es ist mir passiert nichts ich war doch in der security app drin deswegen ich schwebe dahin Sieht cool aus Sieht cool aus Sieht cool aus Ich weiß noch nicht was ich machen muss um Sieht cool aus 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 Ach das Ich habe hier auch what Ah oder Sieht cool aus I don't give a fuck. You blew my car. Every time you get your fucking period, we fight. I don't know. Smoke some weed or something. Let me think about it. I'm pretty pissed about my car. Where are you? Where are you going? He's going to go really far. Let's see if I'm faster than you. What do you think about it? Tell me if you're there. Okay, shit. Where are we heading? Hey, I'm just knocked out. I'm fine. Sure thing, my friend. Okay, no problem. Kann man ihn nicht bezahlen, dass er einen dahin fährt? Okay, das kann man schon. Ich weiß aber, ich bezahle, ohne Grund. Muss ich jetzt weiter, äh, muss ich jetzt dann echt zu dir fahren, damit ich zusammen die Mission machen kann oder je? Okay, das ist auch gut. Scheiße, taxi. Ich habe keine Mission, ich habe die schon mal gemacht. Die Mission habe ich echt schon mal gemacht. Die ist scheiße. Ja, ne? Ich mit meiner Leder erkenne. Ich ziehe nur eine Leder erkenne. Ich kenne auch eine Mission, da musst du, ähm, Leute auch von der Regierung töten, die einen Anzug anhaben, die unten, äh, damit sie unsichtbar sind. Das war ja schwer. Hat glaube ich zweieinhalb Millionen bekommen, wenn ich den geschafft habe. Aber ich wollte dich nicht mehr zu Ende machen. Weil die echt dumme. Ach, da? Darf ich fliegen? Bitte. Du Arschloch. Okay. Ist das dein Hiddy? Du hast du silenced Weaponry, so no noises, bitte. Our first target is the head of security. We find the building access codes on him and then get inside. This is the big slice of the data pie, the breach of the new server farm. But when the Clifford Neural Computer brain gets this data, he'll understand the universe and everything in it. A-Model, stop the war warps, stop it from starting, and we'll be rich. Wir müssen im Nose-Ton eindringen. Digga, das ist scheiße. Welche? Kann sein. Ich weiß nicht, was ist das für eine Mission. Ist das die, wo wir es machen, oder wie meinst du das? Okay. Wie Geld verdienen. Im Moment ist es keine online. Nur halt du jetzt. Hey, nee, nicht mehr bauen. Hörst du mich? Ganz sachte. Mhm. danke. Danke. Wir haben die Kameras und Sicherheit auf den Weg. Das ist ein Black Ops, Leute. Es ist eine Sache von nationalen und internationalen Sicherheit. Wenn diese Leute wissen, warum wir das tun haben, dann würden sie uns bedanken für was wir hier machen. Wirklich. Es ist eine Kamera neben dir. Geh es raus! Das ist zu laut. Ja, ich habe gerade eine Kamera. Ich sehe gerade eine Kamera. Achso. Müssen wir die jetzt killen? Du den rechten, nicht den linken. Ey! Komm schon, find die Seite. Du musst in die Servathon, schnell. Komm schon, find die Seite. Du musst in die Servathon, schnell. Ich kann wieder meine Waffen wechseln. Ich kann wieder meine Waffen wechseln. Ich bin ein bisschen rechtssächer. Moment. Ey, geh doch nicht meine Beute! Okay. 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 You're looking at a network node manager. To circumvent the firewall, I'm going to need you to connect the nodes from our array to theirs. Connect the compatible nodes. It triggers an alert. Too many alerts, the server shuts down and the data is locked. Got that? Good. Get to work. Also, wenn man das verkacken jetzt zu hacken, ne? I need three more servers. I'm paying for results, people. Deliver. Ja, ich habe das gerade gemacht. Nein, das ist verkehrt. Wenn ich das noch mal verkacken, was passiert dann? Das ist richtig, ja. Okay, ich habe gemacht. Aber ich bleib hier einfach hängen. Die Türen sind zu scheiße. Ich mach B, okay? Mach du A? Warte, nee, Alter. Mach du B, ich mach A. Warte, nee, Alter. Das ist mag. Genau. Ganz Machen einfach es mal возможно. Nehmen wir hier. presen. Wasn't bei einer Türen? Herz. asierealth.. Dann war es nichte, Boah, wie weit das weg ist. Da vorne ist noch ein Gegner. So. Ja, das ist einfach alles das gleiche. Ja, ich gucke, ich gehe raus. Ja, ich gucke, ich gucke. Ich gucke, ich gucke, ich gucke. Ich gucke, ich gucke, ich gucke, ich gucke, ich gucke. Kann ich nicht wirklich von allzeiten angefassen? wir müssen nebeneinander bleiben dann aber bessere chancen ja wir müssen nebeneinander bleiben wir müssen wir müssen jetzt zusammenarbeiten weil sonst krieg wir sind alleine und der zweite nicht zu viert so ist sogar schon ich kann sogar meine waffen das wird schon das ist schon besser ja das ist besser du sponsern vorne ich bin hier hinten ich habe es gerade ich habe es gerade ich habe es gerade ich habe es gerade ich gehe hoch ich habe es gerade ich bin hier Ey, wir sind zu zweit und nicht zu vier, Digga, das schafft man nicht mehr. Du hast eine Raketen dafür, ich hab keinen. 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 Ich hab einen. Ich hab einen. Die 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 Okay Wir können auch mit Motorrad fahren von mir せ Es Bus Bus Komm, lass liegen. Komm mit. Okay. Und flieg schon mal zu deiner Basis, ne? Ey, kannst du diesen Titan eigentlich auch, ähm, verbessern? Ja, den kann man doch auf Warstock kaufen. Okay. Vielen Dank. Nein, ich wollte landen und bin am Felsen festgehalten. Nee, ich ist sowieso schon in meinem Stream. Das reicht ja schon. So, da. Upsi, Warstok. Den kann man halt echt nicht kaufen bei Warstok. Ich wollte schon immer mal so einen Panzer kaufen. Das kriegen wir bald einen geschenkt, als jeder Spieler. Es gibt bald einen Panzer, den kriegt jeder Spieler, der am 24. sich einloggt. Den will ich mir holen. Kann man auch verbessern und so. Und man braucht insgesamt fünf Schüsse, damit der Panzer auch überhaupt kaputt geht. Also der ist schon gut. Der ist schon ziemlich gut. Und was ich mal als, ähm, ähm, und den, ähm, FH1 Hunter möchte ich mir auch holen. Das ist so ein, äh, äh, Helikopter. Na, der ist mega geil. Ähm, ist die Art der Natur, äh, Moment. Dieses Luftfahrzeug fällt nicht unter die Klausel des Pegasus Lifestyle Management und muss in einem persönlichen Hangar gelagert werden. Also der ist schon ziemlich cool. Ähm. In seiner Klasse ist er verantwortlich für den Abwurf von mehr, von mehr Kilotonnen exklusiver Demokratie als jeder andere Kampfhubschrauber der Welt. Der ist echt geil. Den hole ich mir auch, sobald ich das Geld hab. Jetzt weiß ich das dann irgendwann mal haben sollte. Ich habe sie noch. Ich habe sie noch. Was ist das? Ich habe sie noch. ja eben habe ich ein schneeball gemacht habt ihr noch polizei geworfen der polizist hat mich einfach umbringen wollen weil ich ein schieber auf ihn geworfen hast du wirklich nur geht hier auf händen ja ich bin schon da wird sogar angegangen 17 und du leute ist gerade erst 18 oder bis zu 18 du bist ja da bist du 18 also seit wann bist du 18 du bist 14 es ist echt ich glaube du hast 18 woher hast du das er kann ich mir da eine sekretärin ausleihen vielleicht für ein paar stunden dann sekretärin als heute hatte ich will gerade das sind jetzt in der terien an moment das da das passt das bist du groß passt das fern oder Okay, gut auf now. See, I told you they come back. Why do you do that? Because it makes me feel tingly inside. It's enjoyable. Yeah, so Clifford and I analyze the data. I mean, Clifford analyze the data and I analyze Clifford. Let me give you an example of my sort of thinking. Could you stop it with the keynote thing? Sorry, can I make a call here? Hello? Who's this? I'm calling you from a top secret former government facility. We told you, we told you to return to civilian life, Avon. It was all a setup, shortstop. Shortstop? I always wanted to call someone that. Listen, you're going to get us all killed. It's as clear as the very natural looking hair on my head. What are you talking about? They're not plugs. Don't you see that the fact that they told you to fire me proves beyond all reasonable doubt that you were wrong and this is a conspiracy? Let me give you an analogy. Why are you talking like that? It really annoyed people when you're working on site. I'm a visionary. I see things. Listen, I'm running late to a departmental potluck, so... Fuck your potluck! This is about stopping a fucking war! Not that again. Goodbye, Avon. See you on planet Earth one of these days. Potluck. Was müssen wir jetzt machen? Und dann kommt ein Raubüberfall, oder was? Light. We're sharing meatloaf and potato salad so their base can be permanently shut down! We have to do something now! Right, well, we are a bunch of armed felons, and you're breaking all kinds of security clearances, and discussing the musings of a badly named computer. No police force in the world is going to believe us. You'll have to go there and stop it right now. I'll pay. I'll pay whatever it takes. It takes a lot. All right. Off we go, huh? I'll keep you posted. Come on, let's go! Diese Mission zu spielen, setzt einen Fortschritt für die Herausforderung komplett der Reihe nach 2 und 3. Vatilität 2 zurück. Und was heißt das? Ja, ich bin gerade im Moment... Guck mein Handy nicht hin, okay. Äh, lol. 56.000 Belohnung, äh, kriegt man automatisch, äh, allgemein oder was? Oder nur ich? Ey, mach Hälfte, Hälfte! Achso, hast du das noch nie gemacht? Lol. Achso, lol. Okay, findet das die... Eieieieiei. Was ist die IAA? Hab ich gerade... Achso, hä? Leute, ich drück die ganze Zeit X. Hahaha. Mit sich gefällt. Okay. Ich nehm mal ein Militärfahrzeug, kommst du mit? Äh, da ist, da ist auch ne, ähm, Knarre dabei. Äh, integriert in dem Auto. Dune FS ist das. Also, wenn ich fahre, kannst du schießen. Weißt du, was ich meine? Ja, aber die... Ja, klasse, das Auto trotzdem nehmen. Das Auto ist eigentlich ziemlich geil. Okay. Da guck, da ist ne Waffe drin. Wie er wegfliegt. Okay. Like I said, Tja ist gut. Foreign agents are storming this facility and hargassing a state of all this nation's best and brightest swap salibars. America needs a hero. And that hero looks a rot like me. Wartbar keinen Unfall. Er ist mal schnell. Of course. I've been looking at the schemes. If it was me running this, the attack would be concentrated on the servers on the lowest level. Get down there and try to stop them. Komisch fahren. Die kann sich noch nicht mal mehr aufholen. Wow, I've become one of those people I comment about on internet conspiracy videos. Well, at least I'm getting paid for it. 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 Einen Auto, was ich gerade fahre, der Militärfahrzeug, ne? Kann man das auch verbessern? Und was kann man daran verbessern? Nur Minen, oder? Wir müssen nicht schießen. Nein. Gar nicht. Ab. Ich hasse sowas. Mich ruft sie ein. Alter, leck mich doch im Arsch, ne? Kannst du nur an, nur in deiner Basis, okay. Ja, die will, dass ich hier, äh, an die, äh, an die, äh, rangehe. Ich werde hier von allen Seiten angeschossen. Ich habe keinen Plan. Ich will, wie viel Leben haben wir denn? Ich habe noch nicht mehr, ey, Linny. Ein Moment, jetzt rufe ich sie an, ich frage mich ab. Moment. Ey, ich habe dich schon mehrmals gesagt, wenn ich züme, soll sie nicht anrufen. Wie oft soll ich das noch sagen? Ja, tut mir leid, kannst du mich mal. Hallo, redest du noch mit mir? Okay. Ja, ich möchte dich das anrufen. Das darf nicht. Aber, mein Rohr, ähm. Du weißt, dass ich siehe oder nicht. Ja, wenn ich streue, dann streue ich. Da möchte ich nicht von dir. Nee. Pass mal, pass mal auf. Bei mir, mein stream heißt GTA 5, guten Morgen stream. Heißt ja nicht, dass ich gleich sofort aufhöre, mit mir in der Nacht. Nee, ich mache bis, 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 bis 10 Uhr durch. Also schon ein bisschen, ein bisschen, solltest du schon ein bisschen hören und aufpassen. Weil das finde ich nicht korrekt von dir. Ja, äh, Gott, ich hoffe nicht, ich war mich empennen. Ja, dann lege ich jetzt auch auf, okay. Jo, dann ist dann. Ich bin mit dir zusammen. Ja. Aber immer wenn ich zoome, fackt die mich ab? Also eins der kleinen Dinge, die macht viel mehr Probleme, als, äh, als sie wert ist, sagt man, kann man, kann man so sagen. Wenn sie im Stream ist, dann ist es mir scheißegal. Habe ich schon mal ins Gesicht gesagt. Als nächstes so, was ich nicht mehr mag. Wenn ihr nicht mehr auf mich hört, dann interessiert es mich nicht. jetzt vier monate und vier monate und fünf tage hatte die vier monate und sechs tage nein bayern schweinfurt wie wusstest du doch so Achtung 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 Bisschen Likes Wie viele das sind Bisschen 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 Das war's für heute. Okay, you're taking the first set of double doors on your left. Achtung! Is there someone in there? The blue one? Hey, now you're taking the last set of double doors on your right. Sollen wir mit dem blauen machen? Ah, natürlich killen. Just take them down and move! And there are also a few. Okay, there are more of these people on the way. You're gonna have to use the base's defenses to protect it. Go up the level to the war room and man slash woman the controls. Okay, let's do it. Where did you hit something? Fuck no. If the defense department just signed off. Your quick reflexes have no hesitation. No PTSD. Conscience free tips. Can you shut up with our clipper for a second, please? Can you just take out this thorn army before the whole base is overrun? Bye bye, moody. Ha, blam! Boom! Got him! Okay, okay. I think you might have got him. Avon! Where the hell's Avon? Avon! Threat level decreased. Agents are free to leave the safe zone. What do we do now? Everything's fine. I know these people. Oh, I supposed to be at a potluck. Who were they? What the hell is going on? How the woman looks like. Yeah, we don't know each other. You know me. You don't. Who do you work for? Can I get this place on lockdown right now? Come on, you imbeciles. No, there is no potluck. I don't give a shit a butcher banana cream pudding. Jünger. And next time you'll listen to me. Als unten drunter. Na, no, I was gedacht. Ein Jahr unten drunter. Hm. Nope. Nope. This place has more leaks than a thing you drive. Nope. But who and why? Sure. It's Russians. We know it's Russians. We know it's Russians. This attack is one of their signature moves. That's the whole point, Mrs. Rackman. It's meant to look like Russians. We think it's not Russians because that would be too easy. Now Clifford says that there's a 99% probability. If Nanu just says Moin with three points. As if she was angry. Or yeah. Codename Bogdan, surname unknown. Russian agitator, hitman and war mongerer. I'm not buying any of it. Well, someone just tried to kill you and the date of... Ehm. Einmal als jemand der Nanu heißt. Schreibt einfach Moin mit drei Punkte. Als ob sie... Er oder sie traurig ist. Where is that buffoon? Which buffoon? The one who caused the assault by the museum. Can I get some support here? Let's get out of here. Thank you. By both of you. Congressional metal. Big party at the Capitol. It's been an honor to serve. Oh go fuckers. Aggressive. Why aggressive? We don't know. Public sector clowns. The cloud. The crowd. The cleaners. Could solve this problem. With Clifford. There is no problem now. Meinst du über dich jetzt? Oder über jemand anderes? Thank this work this. Where is my assistant? I'm supposed to be giving a speech somewhere. Am was bin ich? Ja. Nein. Das mach ich nicht. Nein. Nicht schnell neu. Nicht schnell neu starten. Lol. Ähm. Das ist mal jetzt 37. 375.000. Ich glaube ich bekomme. Weil das ist das erste mal ist. Lol. Lol. Ok. Gleich erstmal eine Basis kaufen. Digga. Und du sparst es auf dem Centone sagtest du ne? Was ist denn Nike Shark? Supersportwagen? Achso. Meinst du so ein Helikopter jetzt oder? Panzer? Ok. Lohnt sich ne Basis mehr oder ein Panzer? Ok. Dann hole ich als erstes die Basis und dann mache ich ein Panzer. Der ist so ein kleinen Panzer halt für Missionen und so. Ab und zu. Ab und zu. So 625.000. Meine Freundin nein. Also. Was brauche ich denn? Überwachungsraum brauche ich sowas? Ja ne. Boah. Ich hab mir das. So. So. Wie. Das ist ja. So. 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 Okay. So. 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 Ja, oder in der Lounge nieder. Nee. 625.000 tue ich jetzt zahlen für eine Basis, ne, Basis, das was man braucht. Das ist das, was du hast, ne? Okay, die Basis habe ich, glaube ich. Ja, die Basis habe ich jetzt. Ich habe noch 81.000. So, warte mal, jetzt schaue ich mal, wie viel so eine Kommandozentrale kostet. Dann kaufe ich die nämlich als nächstes. Wie viel bekomme ich dann, ähm, einen Moment. Eine Million, vierhunderttausend. Okay, eine Million, 225.000 kostet die. Kommt wieder Kommandozentrale, wie viel bekomme ich durch die Mission mit dir? Ja, allgemein. Wie viel könnte ich damit jetzt noch kriegen? Also wenn ich die mobile Kommandozentrale kaufe, ohne alles andere, nur Kommandozentrale, dann habe ich gar nicht. Okay, dann kostet die eine Million 225.000. Aber ich brauche schon irgendwie was anderes, oder? Also ich brauche schon irgendwie, ich brauche schon ein Befehlszentrum, zum Beispiel. Oder Waffenwerkstatt, also alles zusammen sind es 2 Millionen, die ich bräuchte. Was brauche ich denn eigentlich alles dann? Brauche ich Waffenwerkstatt? Äh, ne, Kommandozentrale, einfach nur eine mobile Kommandozentrale. Mit Waffen. Ich brauche eine mobile Kommandozentrale wegen Läster, wegen Mission. Aber brauche ich sowas dann, alles? Okay, dann sind es. Ja genau, dann als leeres Modul, als Position 2, Position 3, leeres Modul, Position 1 ist im Wohnbereich, alles zusammen kostet gar nichts. Ich kann nur eins wählen davon. Waffen- und Werkzeugwerkstatt, kann ich machen, äh, warte. Ah, okay. Also, wenn ich Position 2, steht Waffen- und Fahrzeugwerkstatt, kann ich machen, mit dieser Kombination aus 2 Modulen. Welch Wiedergangsraubüberfall als VIP oder MC-Präsident zu starten? So, of course, he called some Bankrobbers. Ja, gerade eben. Damit wir erstmal deine Mission machen, und wenn die dann fertig ist, machen wir die von mir. Ja, genau. Gehen wir jetzt erstmal in deine Basis, oder was musst du erstmal, wie geht das, ne, machen wir jetzt weiter. Ich seh deine Basis, dich mal mehr. Warte, schalte ich mal kurz nochmal ein. Okay, hörte. Okay, ich komm rein. Bis gleich, geh mal kurz auf den Klo. Ich, geh mal kurz auf den Klo. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin wieder da. Hast du mich zu einer Mission eingeladen? Okay. Ich bin wieder da. 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 Hang in there! Ich habe fast etwas! Ich bringe die Schematik für den Hangar! Findet eine Chance für sie die Power zurück! Wie geht ihr in diesem Shootout? Ich habe ein helles Zeit für diese Schematik. Wir sind alle beschäftigt! Hier! Hier! Die Backup Generators sind auf den Gantries! Okay, Leute! Ich bin ein Headshot! Ich gehe hoch! Ich gehe hoch! Ich gehe hoch! Oh no, genau! Wea USA rum! Komm schon, Leute, wir brauchen Lichter! Okay, die Generatoren operieren auf eine Kranke. Komm schon an die Kranke! So, die Kranke? Die Kranke, okay? Jetzt ist nicht die Zeit! Komm schon an die Kranke. Komm schon an die Kranke. Komm schon an die Kranke. Warum? Der erste da ist da fliegen Darf ich wenigstens mal versuchen? Okay, dann mach du Jetzt kann ich nicht ansteigen Bro Die Avenger ist schon ein cooles Flugzeug, oder? Wollen wir es machen? Hm? Bist du am Radio? Du bist doch klar am Radio Ey lass das jetzt Junge Du weißt gar nicht wie ich das hasse Warum willst du eigentlich, was hat das denn? Junge Was musst du da machen? Ich habe ein paar IAA-interns vorbereitet für die App Speak soon Musst du da dann entnen jetzt? Ich kann sogar hinten ansteigen wollen Ich kann sogar hinten ansteigen wollen Ich glaube das ist auch die Mission gewesen Hinten ansteigen Für mich Scheiße Ich bekomme sogar mehr Ich bekomme 2.000 mehr Auf jeden Fall schon mal 100.000 Wenn ich mir jetzt diesen einen Kommandocentrale kaufe Ohne alles Einfach nur die Kommandocentrale Kann ich dann im Verlaufe der Zeit die Verweiterung kaufen? Ok Ja Oh no How can you kill tea? What the? Allah Ja Ja Du bist müde Oh nö Ok Jo Ciao Okay Please Maserst du mein Arbeit Oben Ich werde mich nicht nicht mit dem Ich bin zu verabschiedern Du hast mir etwas Du kannst du etwas Fix the mark Leute ihr wisst was ich glaub ich schon dazu kaufen werde lol Entschuldigung ok leute entweder kauf ich mir das tattoo das da oder das da ich stelle mir einfach weiter in den paren erstmal oh go wrong with that hope you like that hope you paying cash ich habe 85.000, du könntest es holen wenn ich aufhören ok ja 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 das ganze bauch bedeckt das wäre halt cool das bin ich habe da 100 mal gemacht das bin ich gut das ist 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 ein Geheimnis. Ich bin gut. Der Mann vor dir hatte eine schildere Bilder von seiner Mutter, auf seinem Arm. Okay. Was kostet denn das Spiel? Ich bin bei meiner Basis. Ich werde mit meiner Basis gehen. Mal schauen, wie sie aussieht. Sieht auf jeden Fall nicht so gut aus. Moment. Schaut euch die einfach an. Ich muss das jetzt per Handy machen. Ich kann es ja aussehen, aber ich muss jetzt am Handy schauen, was ich hier in der Garage finden. Ich finde persönliche Fahrzeuge große Waffenfahrzeuge und die Avengerplätze die Bergzeuge. Okay. Oh, wie süß. Moment. Okay. 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 Moment. 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 Okay. Okay. Moment. lower. Okay. Ich kann rein theoretisch mir jetzt hier was kaufen. Ich kann mir hier die Ausrüstung kaufen. Hä? Hier können die Autos hin oder was? Okay, hier kann ich nichts machen. Ich kann das nicht 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 machen. Ich will ihn da rein tun. Gut, dass ich dafür 200 Euro bezahlen musste. Äh, Dollar bezahlen musste. Das sieht schon ziemlich mächtig aus. Noch ist das ganze hier gar nichts. Das kann man erst noch verbessern. Das hätte ich alles gekauft. Und teilweise erspielen müssen. Ja. 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 Da. Da, da, da. Da, da. Das ist der einzige Raum im Land, wo wir nicht werden können. Können wir diese Maske wegnehmen? Du kennst du Avon Hertz? Avon Hertz! Ja, der Avon Hertz. Keine Ahnung, ich bin nur ein normaler Genie. Ich mache sehr normalen Dinge, wie kitesurf mit Presidents und B-List-Aktrischen. Ich blöde reale Teile. Das ist reale Haare. Ich program, und ich habe reale Emotionen. Ich bin eher einer dieser Dinge, die gut an viele Dinge zu tun. Warum ist dieser Person zu sprechen? Just, äh, keine Ahnung. Herr Hertz hat seine erste Firma öffentlich, als er 22 Jahre alt war. Uh, 21 und drei Quarters. Ich war wert 1.5 Billion von der Zeit ich 25 bin. Ich versuche, die Welt zu retten, wenn ich mich versuche. Ich versuche, die IAA, die Regierung. Ich versuche, die Regierung zu sein. Ich versuche, die Regierung zu sein. Ich arbeite mit Artificial Intelligence. Ich denke, nur besser. Das ist mein Slogan, übrigens. Ich versuche, die Regierung durch eine Sicherheit und Ethik zu stecken. Wenn, woosh! Ich versuche, nein, danke. Es ist eine schade, aber ich bin nicht lachen. Abon ist Angst, dass jemand versucht, eine Krieg zu entwickeln. Ich bin nicht Angst, dass es. Ich bin sicher, dass es. Das Problem ist, dass ich einfach nicht weiß, wer genau ist. Und schlimmer ist, Clifford nicht weiß, wer. Clifford, das ist seine Supercomputer. Ah, es ist eine Neural Networke von Supercomputern. Clifford ist eine Problem-Solving-Facilität. Hallo, Clifford. Du schallst mich, A-Bomb. Ich blushe. Gib Clifford Daten und keine Probleme mehr. Clifford war mit etwas, aber jetzt die Daten ist weg. Weg. Es muss sein, die Russische. Oder die Nordkoreane. Oder die Irane. Oder die Chinesische, die benutzen einen Proxie-Agent. Die Fakt ist, wenn wir nicht herausfinden, wer ist hinter diesen Datenbrechen, dann Clifford ist nicht. Wenn wir bezahlen können, dann können wir helfen. Es gibt drei Datenbrechen. Ich brauche Sie zu unbrechen. Rebrechen. Brechen. Ich bin ein Kommunikator. Ich bin ein... Ich bin ein... Nein, das ist das Thema. Wie habe ich mich verletzt. Wie habe ich mich verletzt. Es ist eine amerikanische Tragedie. Kill den cleveren Genuss, damit die Numb Skulls zu nehmen. Ja, ich paye. Ich paye, was es dauert. Wir brauchen sehr viel Geld. Minimum. Nein, Probleme. Mein Geld ist durch die Runde. Schau. Drei Probleme. Drei solange Lösungen. Drei einfach Lösungen. Kannst du dich nicht zu sprechen, als du ein... Keynote-Spray, bitte? Kannst du das tun? Ja! Drei Datenverkaufnahmen. 250 Trillion Datenpunkte in die Hande. Drei solange Lösungen. Drei Datenverkaufnahmen. Den weg in die Straße los Santos. Gäste an der morg. Der morg. Der morg. Du musst eine Ambulanz anbekannte zu sein. Lass in der... Slow-daschen. Analog. Ich liebe sie. Detro. Problem 2. Four of these vans Are beaming vast amounts Of previously secure military data You'll need cars to track them down I have a sort of friend Who has some cars you can borrow Here Okay, that sounds easy enough What's a third? The big new server farm in Palomino Has been compromised I'm certain of it No one believed me And I have no idea how to prove it But if someone could get inside Just give me a minute I know these stealth helicopters These things Now, Avon These all do seem a bit random Of course they seem random Because you are not a supercomputer Clifford will solve it for us Just give us more data About the data So we can data it We'll get to work and Good luck Pleasure to meet you You look nice in that shirt, Avon I like your hair Thank you Progkillclifford.exe Have a nice day Remember all these people Reversal for treatment Remember all these people Reversal for treatment So, we'll get to know What's a number of things We do know What's a number of things We're going to be told But I love it We're getting to know So, we're going to know Er bekommt Haare. Der Bart wird abgemacht. Wenn du kriegst du auch in die Kapuze und sonst was auf. Äh... Genau. So... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hab... ...hier... ...hier... Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 F*** that! Hey! You let me shut your throat! Oh! Get out! Get out of here! Fuck you! Fuck you! Fuck you! I love you! ich konnte nicht bewegen ich hatte diese scheiß vor gt alter ich schwöre und scheiß ich mitten auf der seite ja was musstest du macht dann eigentlich machen er war eigentlich wird es umtauschen können das mit drinnen ist besser gewesen für mich ja 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 Das war's für heute. Ich kann gar keine Waffen mehr wechseln. Ich kann gar keine Waffen mehr wechseln. Können die Gegner auch zu dir reinkommen, die dich dann draußen vergessen anzuschießen? Okay. 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 Das ist doch nicht wahr! Das ist doch kein Scheiß machen! Bist du draußen? Das ist doch kein Scheiß machen! Da, ich komm! Das ist doch kein Scheiß machen! Da stand sogar ein Helikopter! Das ist doch kein Scheiß machen! 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 Wir würden doch nicht schwierig! Das ist doch kein Scheiß machen! Das ist doch kein Scheiß machen! Aber wir haben ihn ja erst geklaut, als hast du ihn ja rein theoretisch gleicher auch. Oh nein. Schade. Ich zünde euch an. Hat sogar geklappt? Was ist das Annoying Squatsch back at the Agency? Okay, hier ist ULP. Ich muss wieder einsteigen. Naja, ist irgendwie ein bisschen gemacht, das ist in Ordnung. Welche Gegenstände? Was sind das für Sachen? Jetzt macht er nichts, aber was sind das denn für Sachen? Oh mein Gott. Wer kann das noch fliegen? Warum vier Deluxus und nicht zwei? Okay. Well Wo? Warum? Was warst du? Was war? Oh, das kostet 72.000 Okay, that kind of problem. It's a statement kind of weapon. Hope that works out for you. Was warst du? Was warst du? Have fun. Non-refundable, I should add. Okay. Vielen Dank. Moment, ich komme gleich. Bist denn du hingegangen? Was? Ich habe es merkt, ich habe alles. Ich weiß ja jetzt nicht, was ich gekauft habe. Und glaube ich, ich habe wirklich wenig gekauft. Aber ich habe nur noch 4.000. Ich habe nicht mal eine Waffe gekauft. Jemand für mich als Mitarbeiter an, äh, heuer und will sich als Gehaltsbonus 0 Prozent, Mitarbeiter 1, Jacht, nein, Büro, ja, Lagerhause, nein, Fahrzeuge, nein. Aber das kommt, das passt, das passt, das ist ziemlich leicht. Du fährst, ich mache, äh, eben, ich mache die neben, ich mache Nebensachen wie, Kellen. Ah. Fuck. Bin ich dumm. Ah, ja, du fährst. Okay, du fährst langsam, erst mich mal kurz in die Küche. Ich bin, komm gleich wieder. Ja, dann fahr ganz normal. Ich bin kurz in die Küche gleich. Komm dann gleich wieder. Ich lauf schnell noch zum Auto. Wie kann man nicht das Visier runter tun? Loll. Jetzt weiß ich auch, warum ich die ganze Zeit Headstruck kriege. Mach your way towards the location. These bad actors are trying to wipe out our culture. They stole some vital hard drives from my company and they're torching them. Do you hear that? We've got to save Avon's company's stolen hard drives. Before these Russian actors, or agents, or ballerinas, or whatever they are, burn them to goo. We've got two teams here. One's putting out fires, the other's salvaging what's left of Avon's files. The RCV air-driving's designed for powering through picket lines, mounted with dual high-power water cannons for blowing away protesters. Alarming requirements for private security guards, but hey, useful for our purposes. Oh, come on. What? You don't like my dorm room politics? Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on. Hast du dich festgefahren? Hallo Lars, alles gut? Ja, bei mir ist alles fertig bei dir. Alles gut, du fährst in die verkehrte Richtung, ne? Fertil du Fertig? Fertil du Fertig? Fertil du Fertig denn? Alles okay? Oder bist du am Schlafen? Hallo? Ich wollte nur wissen, ob du dann schon schläfst. Ey, Achtung! Du bist einfach nur am Schlafen, ne? Am besten irgendwas Alkoholisches, damit du auch wach bleibst. Ich bin wieder da, aber frühstücken. Hi, Maren! Bleib mal kurz stehen, bleib mal kurz stehen, bleib mal kurz stehen! Ich glaube nicht! Ich glaube nicht! Ich spiel auf WS4 im PlayStation 3, der will 335. Der ist doch cool! Ich kippe mal headshot! mach du ja ich mache die b ich wünsche mir jetzt hier ok ja ja cool dann könnte es sogar ein theoretisches anzeugen ich wollte schon aber wer werkt dass ich schon im auto drin sitze ich gehe mal kurz ich ja ich ja ich ich ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Private security vans like that will be everywhere in a couple of years What are you talking about? Would you send your kids to a public school? Put them on public transport? I have no intention of procreating When things get bad And the white collar jobs dry up You won't want them to play in public parks Or shop in public malls either You'll want your company, Street Sweepers To take out your trash And your private police To protect your private interests Hmm Hmm I have no idea what to say Moment I have no idea what to say 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 Thank you Thank you noch ein neuer antwort wir machen so ich gehe jetzt in vordert rein es gab ein neues update ersten ab und leichter ich kenne das ganze ja das gleichheit sondern